FRANKO QUICKI A Salve geht raus, vorher mix ich's Uwe an alle Dauerwellerinnen und Nichtwellerinnen und Chicken Nuggets. Es geht heut um ein Haarwuchsmittel. Ist heut mit der Post gekommen und haben sie gesagt, Uwe, probier das aus. Das ist ein neues Produkt, das musst du praktisch da draußen einmal bewärmen. Und da war ich natürlich gleich so frei, hab's heut frei gleich benutzt. Und was soll ich sagen? Nix. Das ist so ein Klum. Du kannst da überall hinschmieren und auch hinsprayern, wenn du möchtest. Da passiert ein Scheißdreck. Kauft euch das Geschmarre nicht, wirklich nicht. Schaut ums Geld. Servus. Das kennst du genauso in die Bängerzschütten. X. X. Probe.